Eine Gastroskopie ist eine Magenspiegelung. Wenn man ganz genau ist, ist es eine Spiegelung von der Speiseröhre, dem Magen und dem Beginn des Zwölffingerdarms. Und was man damit tun kann, ist eben genau diese Bereiche sich angucken mit einer Kamera und gucken, ob irgendwelche auffälligen Bereiche da sind, Entzündungen, Tumore oder andere Aussackungen, irgendwas, was man behandeln kann.